Hallo ihr Fantastischen Leute da draußen! In diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr mit Gameboy Studio einen eigenen Plattformer für den Gameboy entwickeln könnt. In diesem ersten Teil zeige ich euch wie man ein Level baut und das ganze bei Gameboy Studio entsprechend anlegt. Nach dem Intro geht's los! Wie bauen wir jetzt unser Level? Das geht nämlich nicht in Gameboy Studio, sondern ihr braucht tatsächlich eine Art Grafikprogramm und zwar am besten ein Pixelart Grafikprogramm, also ein Programm was speziell auf Pixelart ausgelegt ist. Theoretisch könnt ihr natürlich auch jedes andere Grafikprogramm wie zum Beispiel GIMP oder sowas benutzen, aber das wird dann glaube ich wirklich sehr sehr fummelig, weil das hier so einige Features bietet, was euch sehr sehr praktisch ist. Pixel Edit, das kostet so ungefähr 10 Euro, ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Programm, habe ich euch unten natürlich verlinkt. Und hier seht ihr auch schon die erste große Einschränkung beim Gameboy, nämlich die Farbpalette. Wie ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr euch hier nicht aus den vollen Farben schöpfen, sondern ihr müsst bei bestimmten Grüntönen bleiben und das sind hier diese vier Grüntöne bzw. das ist ja eher so eine Art Schwarz sage ich mal. Und dieses Neongrün, was ihr hier seht, das ist das transparent. Das heißt, wenn ihr hier einen Teil von einem Sprite oder ähnliches mit dieser Farbe hier gemalt habt, dann ist das transparent. Das heißt, zur normalen Gestaltung müsst ihr euch eigentlich auf diese vier Farben hier konzentrieren. Soweit also im Prinzip so gut. Das Level gestaltet ihr am besten, indem ihr ein sogenanntes Tileset benutzt. Das heißt, Teil ist hier übersetzt Kachel auf Deutsch und wie ihr seht, das ist quasi mein Tileset aus meinem Spiel aus der ersten Welt. Es besteht aus Blöcken, die 16x16 Pixeln breit sind und hoch sind. Ihr könnt natürlich auch theoretisch auch 8x8 oder 32x32 Pixeln nehmen, aber 16x16 ist eigentlich so der Standard. Und ihr seht ihr auch schon, wenn ihr euch das so gedanklich so ein bisschen unterteilt seid, dass so viele Bausteine, mit denen man ein Level sich bauen kann. Und genau das machen wir hier mit Pixel Edit. Und zwar müssen wir dieses Tileset hier erst importieren. Das schließe ich hier einmal. Das heißt, ihr geht hier einfach auf File New, neues Dokument. Hier könnt ihr hier entsprechend auswählen, welche Größe die einzelnen Kacheln, also Tiles, haben sollen. In meinem Fall ist es 16x16. Und diese hier Größe hier, 120x9 Kacheln, dieser Kacheln, also insgesamt von der Pixelgröße 1920x144. Genau das ist das, was man hier im Game Boy Studio maximal benutzen kann, von der Länge her. Denn der Game Boy Screen ist 144 Pixel hoch und wie gesagt, in der Breite könnt ihr halt maximal diese 1.920 nehmen. Ihr könnt theoretisch das natürlich auch etwas höher gestalten. Dann muss das aber Ganze alles etwas schmaler sein. Das heißt, diese Grundpixelanzahl multipliziert, die muss immer gleich bleiben. Ich nehme hier einfach mal zur Vereinfachung einfach diesen wirklich großen Schlauch, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch viel mit Wege nach oben machen, Wege nach unten machen. Aber dann muss es etwas kürzer sein. Um dann ein größtes Level zu erstellen, muss man da ein bisschen tricksen. Aber dazu kommen wir dann irgendwann mal später. Das heißt, ihr geht hier erstmal auf Create. Und hier sieht ja schon, dann erstellt sich hier ein Dokument. Und hier sieht ihr schon diese ganzen 16x16 Kacheln. Das heißt, wir importieren jetzt hier unser Tileset. Diese Tilesets, wenn ihr das natürlich nicht habt, weil woher sollt ihr das haben, bekommt ihr übrigens auch bei Itch.io gegen kleines Geld. Kriegt ihr da schon fertige zum Rumprobieren. Game Boy Studio selber bringt euch leider jetzt kein Beispiel Tileset mit dabei. Das heißt, ihr geht hier auf Import. Oder ich stelle es euch einfach selber, aber da bin ich kein egaleter Pixel-Künstler ehrlich gesagt, um euch das genauer zu zeigen. Dann geht ihr hier auf Import. Tile Images, Animations, Mockups oder Tiles. So, ich habe das hier ausgewählt. Dann zeigt er euch hier nochmal, okay, zur Überprüfung stimmt das so alles. Ja, passt so. So wollen wir es machen. Und das importieren jetzt. Und das landet denn hier jetzt. Ich scroll da mal ein bisschen mehr ran. Leider zerstückelt er das bei mir immer so etwas. Das kann man zwar irgendwie etwas anders einstellen, aber das ist immer so eine Sache. Und hier bei eurer Farbpalette. Da seht ihr, habt ihr viele verschiedene Farben. Auch hier würde ich euch als Standard einstellen. Diese vier Farben, die ich hier euch gezeigt habe, das sind hier im Prinzip die hier. Und das machen wir uns erstmal hier einmal mit diesem Fülleimer quasi das ganze Dokument in eine Farbe, damit das hier erstmal nicht ganz so Stimmen aussieht. Und dann im Prinzip nehmt ihr wie so einen Stempel hier jetzt dieses Level hier. Hier haben wir zum Beispiel hier ganz normale Plattformen. Die gehen und malt euch hier das Level zusammen. Ihr seht, ihr braucht hier natürlich auch so ganz viele bestimmte Sachen, die ihr hier einbauen könnt. Zum Beispiel, wenn ich hier diesen Abgrund mache, braucht ihr eine Ecke. Ihr braucht das. Das heißt, euer zum Beispiel der Baum aus meinem Level, der aus verschiedenen Stationen besteht. Wie gesagt, er ist hier leider so etwas ein bisschen hier hin und her verwunzt. Ihr seht ihr auch schon, okay, mein TIE-Set, das hat jetzt natürlich die Hintergrundfarbe nicht, die ich hier habe. Aber dann können wir hier einfach wieder auf den Eimer gehen und das entsprechenden einfärben. Ups, das ist falsch, dass wir es rückgängig machen. Ich kann natürlich hier auch mit dem Mausrad entsprechend rein scrollen, dass das so sieht. So und ich baue euch hier einfach jetzt mal ein rudimentäres Level. Es muss ja nicht schön aussehen. Ich will euch halt einfach nur so ein paar Sachen zeigen, die man hier machen kann. Das heißt, wir haben hier so eine Ebene und hier geht es zum Beispiel so eine kleine Treppe nach oben. Das können wir ja auch einbauen, damit das hier auch alles nicht so blöd aussieht. Machen wir hier so ein paar Steinhaufen, nenne ich es mal, so dazwischen. Und so könnt ihr eben dann euer Level entsprechend gestalten. So, ich mache das hier mal wieder. Also wirklich, wie könnt ihr euch so vorstellen, wie so kleine Stempel. Deswegen sind diese TIE-Sets halt sehr wichtig, weil theoretisch könnt ihr natürlich jetzt alles irgendwie selber zeichnen. Problem ist allerdings, dass der Gameboy nur eine bestimmte Anzahl von Kacheln, die gleich aussehen, ja, verarbeiten kann. Das heißt, wenn ihr dieses gesamte Level jetzt komplett irgendwie, sagen wir mal, freihand zeichnet, dann kann der Gameboy das gar nicht vernünftig bearbeiten. Deswegen müssen wir hier eigentlich mit solchen TIE-Sets entsprechend arbeiten. Ich würde sagen, das reicht hier auch erstmal, um euch so ein paar Sachen zu zeigen. Das heißt, wir gehen hier einfach auf File, dann auf Export Image und wir, ja, wir exportieren das jetzt hier ganz einfach als PNG-Datei. Und jetzt gehen wir dann zu Gameboy Studio und da zeige ich euch, was wir da jetzt machen. So sieht den Gameboy Studio aus, wenn ihr es öffnet. Hier will er natürlich erstmal wissen, wo ihr es abspeichern sollt. Ich habe jetzt einfach mal auf dem Desktop einen Ordner Gameboy Studio gemacht. Und er will natürlich einen Namen dafür haben. Ich nenne das jetzt einfach mal YouTube Tutorial. Und hier könnt ihr noch auswählen, was es sein soll. Und zwar habt ihr hier zwei Beispielprojekte, die euch Gameboy Studio quasi von vornherein mitbringt. Einmal ein Gameboy Color Projekt, wo ein Plattformer da drin ist und ein klassisches, ja, Gameboy Spiel, was eher so ein Top-Down Spiel ist. Aber wir wollen ja was komplett Neues machen. Die Projekte könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen. Da lernt man auch sehr viel, wenn man sich einfach mal so ein bisschen guckt, wie die da gearbeitet haben. Wir nehmen hier ein komplett neues Projekt und hier haben wir quasi eine komplett leere Leinwand. Bevor wir das hier aber alles machen, würde ich euch definitiv empfehlen, das Plattformer Plus Plugin zu installieren. Das habe ich euch auch unten auch in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Das ladet ihr euch runter und nehmt dann die Datei und ihr geht euch im Projekt rein, in euren Dateimanager und kopiert einfach diese Dateien hier bei Plugins entsprechend rein. Dann kopiert ihr hier automatisch diesen Ordner rein und dann sind wir auf der sicheren Seite. Was ansonsten hier bei Assets ist, das ist auch ganz wichtig. Hier müsst ihr im Prinzip alles Kreative rein kopieren. Bei Backgrounds, da speichern wir hier unser Level rein. Das heißt, ihr nehmt einfach die Datei und kopiert einfach es rein. Das habe ich dann einmal hier gemacht. Und wenn ihr jetzt zurückgeht, habt ihr hier natürlich so verschiedene Sachen. Bei Musik kommt natürlich die Musik rein. Bei Sounds kommt natürlich der Sound rein. Bei Sprites kommen entsprechend die Charakterdarstellungen rein und so weiter. Das heißt, es ist hier alles aufgeteilt. Wenn ihr was benutzen wollt, müsst ihr es hier immer in diese Ordnerstruktur entsprechend rein kopieren. Gameboy Studio starten wir jetzt einmal neu, damit das hier auch alles entsprechend, dass das Plugin einmal lädt. So, wir gehen hier dann einfach rein. Und warum wir dieses Plattformer-Plus-Plugin quasi unbedingt wichtig genommen haben, zeige ich euch gleich. Also grob kann man sagen, dass es euch viel, viel mehr Optionen für euren Charakter gibt. Das heißt, ihr könnt damit Doppelsprunge verwirklichen. Ihr könnt damit Akteure machen, die fest sind. Das heißt, ihr könnt damit zum Beispiel Plattformen machen, die sich bewegen und ihr könnt da drauf stehen bleiben. Ihr könnt einen Dash-Move mit einbauen. Ihr könnt einen Wall-Jump mitmachen. Oder dass das ihr an einer Wand entsprechend langgleitet. Das heißt, eure Bewegungsspektrum wird durch dieses Plugin richtig, richtig stark erweitert. Und das sollten wir auf jeden Fall haben, denn es schadet das auf keinen Fall. Aber wo wir ja hier bei dem Start sind, wir klicken hier jetzt einfach auf Start. Da hat er hier auch schon entsprechend ja hier in dem Pfeil und habt ihr drei verschiedene Sachen. Actor, Trigger, Scene. Diese beiden, die zeige ich euch in einem anderen Video. Die brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Wir haben jetzt hier erstmal Scene, weil eine Szene ist quasi ein Level. Und hier hat er hier auch schon das, was wir jetzt gemalt haben, als Hintergrund genommen. Die Details vom Level etc. Die habt ihr hier immer auf der rechten Seite. Das heißt, hier den Hintergrund, den könnt ihr hier wechseln. Das ist der Platzhalter-Hintergrund, der immer dabei ist. Wir wollen aber natürlich unser eigenes Level haben. Dann habt ihr hier im Prinzip einmal den Namen, den man ändern kann. Ich würde sagen, wir nennen es jetzt einfach mal Level 1. Und ganz wichtig, hier habt ihr den Typ. Wir wollen hier natürlich einen Plattformer machen, also müssen wir hier einen Plattformer draus machen. Ihr könnt auch ein Adventure spielen, einen Shoot-Tim-Up, ein Point & Click oder nur ein Logo. Das heißt, es ist nur ein Bild und nicht mehr. Warum dieses Logo denn auch so wichtig ist? Weil man dadurch, dass es nur ein Bild ist, da ein bisschen mehr Farben und ein bisschen Varianz irgendwie reinbringen kann. Aber das sind Details, die haben uns jetzt nicht zu interessieren. Das heißt, wir wählen jetzt hier den Plattformer aus. Und das war es auch schon. Hier wählt man noch den Spieler-Sprite ein. Auch hier hat er hier so standardmäßig so ein Pfeil. Auch da, wie man das abändert und so weiter, das schauen wir uns im nächsten Video an. Und dann haben wir hier diesen roten Pfeil. Den können wir hier irgendwo hin und her ziehen. Was ist das? Das ist im Prinzip unser Spieleinstieg. Wenn wir das Spiel starten, startet unser Charakter genau da. Das heißt, wir können uns das hier gerne mal anschauen. Da werde ich auch sehen, dass wir hier erstmal ein Problem haben. Und zwar, wenn ihr hier dann auf One klickt, dann rechnet er kurz und kombiniert das. Und startet quasi einen eigenen Emulator, dass ihr es halt testen könnt. Wie gesagt, ihr seht das alles. Bums. Und da haben wir das. Wir haben hier unseren Pfeil. Den können wir hier schon hin und her bewegen. Das ist ja eingespeichert. Aber wie ihr seht, wir sind irgendwie durchgefallen. Was ist da passiert? Nichts Schlimmes. Und zwar hat das Spiel keine Kollision. Das heißt, wir müssen Gameboy Studio erst quasi beibringen. Wo haben wir jetzt hier Ebenen und wo nicht. Für Gameboy Studio ist das ja, was wir erstellt haben, einfach erstmal nur ein Bild. Und er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Das heißt, wir gehen hier auf diese Wand, also auf Collisions. Dann haben wir hier quasi zwei verschiedene Pinselsorten. Einmal klein, also 8x8 Pixel und einmal 16x16. Da wir im 16x16 Modus arbeiten, würde ich auch diesen 16x16 Pinsel benutzen. Wir können uns hier das mal ein bisschen näher anscrollen. Und dann gehen wir hier ganz einfach da hier. Solid, also fest und malen hier an den Kanten lang. Das heißt, für Gameboy Studio ist das hier jetzt alles fest. Das heißt, wir kommen als Spieler dort nicht durch. Und jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Und zwar möchte ich gerne, dass wir sowohl hier unten lang laufen können, als auch hier die Treppe hochgehen können. Wenn ich das hier natürlich hier als fest mache, dann kommen wir als Spieler hier natürlich nicht durch. Weil das ist ja fest. Was machen wir? Hier gibt es verschiedene Optionen. Und zwar gibt es hier einmal Collision Top. Unten, links, rechts. Das heißt, wenn wir das jetzt benutzen, da seht ihr, das markiert da jetzt auch etwas anders. Heißt das, dass wir von unten nach oben durchspringen können. Dasselbe ist hier natürlich für Filsumgekehrte. Wenn das unten ist, beziehungsweise links und eine rechts. Das heißt, wir können hier unten lang laufen. Wir können hier aber auch hoch springen und bleiben dann oben. Das heißt, das können wir jetzt hier gerne mal testen. Jetzt müsste es denn nämlich gehen. Genau, wie ihr seht, wir sind es hier nicht durch, dass der wird durchgefallen. Wir haben hier unseren Charakter. Das heißt, wir können jetzt hier ganz normal laufen. Wenn wir hier springen, können wir hier nochmal durchlaufen. Aber wir können hier auch quasi von unten nach oben durchspringen. Das ist im Prinzip so das grundsätzliche zu diesen Kollisionen. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie ihr dieses Spielverhalten euch anpassen könnt. Weil ihr habt zum Beispiel gesehen, dass ihr wirklich sehr, sehr hoch springen könnt. Wollen wir zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier nicht, weil das ist wirklich sehr, sehr hoch. Und dann geht ihr hier einfach auf Settings. Und da seht ihr so ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die ihr von vornherein einstellen könnt. Zum Beispiel hier haben wir hier entsprechend die Twights, die wir einstellen können für die verschiedenen Spiele-Sorten. Ihr könnt das zum Beispiel auch mischen, dass ein Level zum Beispiel ein Plattformer ist. Der nächste ist ein Shoot'em Up und so weiter. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Spiel, so bei Panda Land, ja benutzt. Dass ich ja so alle drei Level so ein Shoot'em Up Level habe, wie bei Super Mario Land zum Beispiel. Dann habt ihr hier natürlich Musik, was ihr noch einstellen könnt. Und hier haben wir hier das, was von dem Plattformer Engine euch gezeigt wird, von Game Boy Studio selber aus. Das heißt, ihr könnt hier den Sprung und den Renn-Button ändern. Wüsste ich jetzt nicht, warum man das machen sollte, aber wenn ihr das möchtet. Das ist der Interact-Button, das heißt, irgendwelche Schilder lesen, Gespräche führen und so weiter. Dann könnt ihr hier noch sowas einstellen, wie zum Beispiel, wie schnell soll die Beschleunigung beim Rennen sein? Wie schnell soll die Beschleunigung beim Gehen sein? Wie hoch soll die Gravitation sein? Das heißt, wie schnell sollt ihr wieder runterfallen? Dann, wie soll die Gravitation beim Springen sein? Und so weiter. Das könnt ihr hier alles entsprechend einstellen. Dann habt ihr hier natürlich beim Shoot'em Up, wie schnell jetzt Squirt. Da könnt ihr nicht so viel einbauen. Dann habt ihr Top-Down 2D, wie das Gitter sein soll und so weiter. Und hier kommen wir hier zu unserem Plug-In Plattformer Plus. Weil hier können wir ja viel, viel mehr tolle Sachen einstellen. Und zwar können wir hier entsprechend extra Jumps, das heißt Doppeljump. Das heißt, theoretisch können wir hier unendliche Doppelsprünge irgendwie einbauen werden, wenn ihr das haben wollt. Dann könnt ihr hier sowas wie Wandsprünge einstellen. Ihr könnt hier an der Wand lang schlittern und so weiter. Das könnt ihr hier alles einstellen. Das zeige ich euch jetzt nicht alles im Detail, aber deswegen ist dieses Plug-In in meinen Augen wirklich unverzichtbar, wenn ihr ein Plattformer abbauen wollt. Und ja, das wären jetzt hier erstmal die Grundlagen gewesen, wie man quasi ein Level gestaltet und dann auch so ein bisschen einbaut. Es gibt natürlich noch viele, viele Kleinigkeiten. Das würde ich euch alles in den nächsten Videos zeigen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man den Spielersprite ändert und Gegner einbaut und wie man Lebensenergie einbaut. Das heißt, wenn ihr einen Gegner berührt, dass ihr Lebensenergie verliert und wenn ihr zum Beispiel auf den Gegner drauf springen wollt, wie ihr das machen müsst, dass entsprechend das Spiel merkt, okay, ihr springt drauf und deswegen verletzt ihr euch nicht und der Gegner erledigt sich. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Tutorial gefallen. Mich würde mal interessieren, was ihr noch so wissen wollt, was ich euch noch zeigen soll. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschö.